Wir sind Schwadernow, die einzige Metzgerei-Schlachterei, die es noch gibt, im ländlichen Gebiet, die Traktor Nummer 25. Ist das die Seriennummer? Wir wissen es nicht. Wir sind wirklich auf dem Land und hier ist eben die Schlachterei. Seht ihr das schöne Licht hier? Was ist für eine Zeit? Es ist 9 vor 9 am Abend. Mäntiabend. Ja, das gibt es noch zu erzählen. Was wäre es denn so? Da wird also das Frischfleisch gehalten, das nicht aus dem Migraten geht und so. Nein, noch echt auf dem Land, in einer Schlachterei, in der noch gewärkt wird, der Wolf. Ihr seht, das ist der Wolf, da kommt das Fleisch rein und dann gibt es Hackfleisch rein. Ich fühle mich, dass ich es so hygienisch abpacken kann. Das wäre der Rapport von Jacques Delors. Mäntiabend. Au Zoua. Bye-bye. Hört den Vögel noch etwas zu. Hört den Vögel noch nicht. Vielen Dank.